Die neun roten Schwertscheiden sind die Retainer von Kozuki Oden, sie haben Odens Traum nach seinem Tod geerbt. Sie möchten Wano Kuni aus den Fängen von Orochi und Kaido befreien und die Grenzen des Landes öffnen. Das, was die Strohhutbande für Ruffy ist, sind die roten Schwertscheiden für Oden und sie sind seine getreuen Mitstreiter und Beschützter seiner Familie und seiner Legende. Das Ende von Kapitel 986 zeigt uns die roten Schwertscheiden in einem noch nie dagewesenen Licht. Sie stellen sich dem Kaiser Kaido, Kinemon und Denjiro, rammen sogar ihre Klingen in den Bauch des Kaisers. Diese Szene hat bei mir die Frage aufgeworfen, wie stark die roten Schwertscheiden von Oden wirklich sind und in diesem Video versuche ich eine Antwort auf diese Frage zu finden. Doch bevor wir mit dem Video starten, wie immer die Bitte, wenn dir dieses Video gefällt, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal für wöchentlich neue One Piece Videos. Beginnen wir auch direkt mit dem Anführer der neuen roten Schwertscheiden. Dabei handelt es sich um Fuchsfeuer Kinemon. Er ist ein Samurai aus Wano Kuni und ein Retainer des Kozuki-Glanes. Kinemon kennen wir bereits seit dem Pankazard-Arc und da hat ihn Lore mit der Hilfe seiner OP-OP-Nomie in drei verschiedene Teile zerhackt und die Strohhutbande hatte dann ja den Quest, Kinemon wieder zusammenzuführen. Und seitdem ist er mit dabei. Wir wissen außerdem seit dem Wano Kuni-Arc, dass er 20 Jahre durch die Zeit gereist ist und in die Zukunft geschickt wurde, gemeinsam mit Kawamatsu, Raizo und Kiku. Er hat außerdem die Fuku-Fuku-Nomie verzerrt und dadurch kann er Kleidung erschaffen. Diese Fähigkeit nutzt die Allianz ja aktuell auf Onigashima, um sich zu verstecken. Und gleichzeitig wurde zum Beispiel bei Kinemon auch bestätigt, dass er Rüstungshaki und Observationsshaki hat. Er hat einen eigenen Schwertstil, er kann nicht Feuer zerschneiden und laut Orochi ist er einer der stärksten Samurai aus Wano Kuni. Wie genau Kinemon jedoch in dem Ranking von den jeweiligen Retainern von Oden steht, das werde ich am Ende des Videos einmal erläutern. Als nächstes haben wir Raizo des Nebels, einen Ninja aus Wano Kuni und ein ehemaliges Mitglied von den Oniwabancho der Kozuki-Familie. Anscheinend hat Raizo die Oniwabancho verlassen, nachdem eine Frau ihm das Herz gebrochen hat. Eventuell ist damit ja sogar Shinobu gemeint. Wer weiß, vielleicht hatten ja Raizo und Shinobu eine kleine Romanza am Laufen, beziehungsweise vielleicht hat er, ähm, Shinobu die Avancen von Raizo nicht angenommen. Raizo ist für seinen Ninjutsu bekannt. Er kann sich in Rauch auflösen, aber nicht wie Smoker, sondern eher wie ein Ninja. Er kann Klone von sich erzeugen und Shurikens mit einer Präzision werfen. Außerdem soll er enorm schnell sein. Ob Raizo Haki beherrscht, wissen wir leider aktuell noch nicht. Das ist noch nicht bestätigt, aber es könnte impliziert sein, dass er entsprechend Rüstungs- und Observationshaki beherrscht. Dann kommen wir zu Nekomamushi und Inuarashi. Sie sind die beiden Herrscher des Mokodomo Dukedem. Nekomamushi ist der Herrscher der Nacht, er ist von 18 bis 6 Uhr aktiv und Inuarashi ist der Herrscher des Tages, er ist von 6 bis 18 Uhr aktiv und beide sind Mitglieder der Roten Schwertscheiden, aber sie waren auch ehemalige Mitglieder der Whitebeard sowie der Roger-Piratenbande. Denn sie waren damals mit Oden auf der Moby Dick unterwegs und auf der Oro Jackson bei Roger. Das heißt, diese beiden Charaktere waren in zwei der prominentesten Piratenbanden in One Piece und Inu und Neku werden ungefähr gleich stark eingeschätzt. Beide von ihnen waren ohne Nesu-Long-Form in der Lage, es mit Jack einem der All-Stars der Beast-Piratenbande aufzunehmen. Jack war by the way der erste Charakter in One Piece mit einem bestätigten Kopfgeld von einer Milliarde Berry und ist somit einer der stärksten Mitglieder in der Beast-Piratenbande. Allein die Tatsache, dass Inuarashi und Neku Mamushi es mit diesem Boy aufnehmen konnten, spricht ja für die Stärke der beiden. Sie besitzen beide Rüstungs- und auch Observations-Haki und sie wurden nicht 20 Jahre in die Zukunft geschickt. Außerdem beherrschen beide Elektro, diese besondere Fähigkeit, die die Mings haben und damit können sie Elektrizität erzeugen. Außerdem haben beide eine Su-Long-Form, die wir aktuell in der Handlung noch nicht gesehen haben. Bei Vollmond bekommen ja die Mings eine Transformation, so ähnlich wie bei Dragon Ball die Saiyajins, die sich in einen Wehr-Gorilla verwandeln. Bei den Mings werden sie halt größer kriegen, weiße Haare, längere Haare und werden dann einfach schneller und stärker. Deswegen können wir davon ausgehen, dass Inuarashi und Neku Mamushi noch um einiges kräftiger und schneller werden, sofern sie in ihrer Su-Long-Form sind. Die Su-Long-Form werden wir sicherlich noch auf Onigashima sehen, denn in dieser Nacht soll ja ein Vollmond stattfinden und zufälligerweise sind die ganzen Mings mit am Start. Das heißt, wir können uns schon darauf freuen, wenn dann Neku und Inu endlich ihre neuen Formen bzw. diese Su-Long-Formen präsentieren. Als nächstes haben wir Kiku, den jüngeren Bruder von Iso. Sie ist eine starke Schwertkämpferin und das konnte sie mehrere Male im ersten, zweiten und dritten Akt unter Beweis stellen. Unter anderem hat sie es ja mit dem Sumo-Wrestler, ich glaube Urashima hieß er es, aufgenommen und diesem Charakter den Top-Knot weggeschnitten. Und gleichzeitig hat Kiku ja Raffi supported, als sie im Udon, in der Gefangenenmine waren und hat da ja bei der Rebellion mitgeholfen, gemeinsam mit Raizo, Hiogoro und Kawamatsu. Das heißt, der Charakter ist auf jeden Fall stark. Gleichzeitig wissen wir hier aber auch noch nicht, ob Kiku Rüstungs- und Observationshaki beherrscht. Es ist stark impliziert, aber entsprechend noch nicht bestätigt. Als nächstes kommen wir zu Denjiro, der ist auch unter dem Namen Kiyoshiro und Ushimitsu Kozo bekannt. Sehr wahrscheinlich einer der intelligentesten der roten Schwertscheiden. Denn gemeinsam mit Kinemon gehört Denjiro zu den ersten Retainern von Kozuki Oden. Er hat nach Odens Exekution eine neue Identität als Kiyoshiro angenommen. Seine eigene Yakuza-Familie wurde dann gegründet und er ist in die Dienste von Orochi eingetreten, um so an Informationen zu gelangen, die der Allianz bzw. der Kozuki-Familie helfen könnten. In der Nacht wurde Denjiro-Kiyoshiro dann immer zum Ushimitsu Kozo, aka dem Witching Our Boy. Da hat er dann von den Reichen in der Hauptstadt der Blumen geklaut und es an die ärmeren Einwohner von Wano Kuni verteilt. Außerdem hat sich Denjiro 13 Jahre lang um Hiyori gekümmert und eine geheime Identität auch für sie erschaffen. Er ist ein überaus physisch starker Charakter, ein sehr guter Schwerkämpfer und er hat es unter anderem im zweiten Akt des Wano Kuni Arks mit Zorro aufgenommen. Im Flashback von Oden hat er sich gemeinsam mit Ashura Doji Kaido gestellt und es sogar überlebt. Und es ist stark anzunehmen, dass Denjiro gemeinsam mit Kawamatsu und Ashura Doji zu den stärksten Retainern von Oden zählt. Dann kommen wir nämlich auch schon zu Ashura Doji. Er war ein ehemaliger Bandit und vor dem Kampf mit Oden der stärkste Kämpfer in Kuri. Nach der Niederlage gegen Oden hat er gemeinsam mit dem Banditen Noskuri den Ort wieder aufgebaut. Er ist ein überaus empathischer Charakter, der jedoch nach dem Tod von Oden eine sehr nihilistische Sichtweise zu seiner Heimat und dessen Einwohnern entwickelt hat. Ashura Doji hat außerdem den Kampf zwischen Ruffy und Kaido beobachtet. Und dabei hat er sich eben an Oden erinnert und er dachte lange Zeit, dass es nach dem Tod von Oden keine ehrenhaften Männer mehr in Wano gibt. Wie bereits bei Denjiro schon erwähnt, Ashura ist einer der stärksten Mitglieder der Schwertscheiden. Er hat es mit Jack aufgenommen, ohne dabei Schaden zu nehmen. Und gleichzeitig versucht Kaido ihn seit 20 Jahren in die Wiestpiratenbande zu rekrutieren. Und wie auch bei Denjiro nochmal erwähnt, hat eben auch Ashura Doji es mit Kaido aufgenommen in dem Flashback von Oden und den Kampf überlebt. Es ist zwar noch nicht bestätigt, aber man kann sehr stark davon ausgehen, dass Ashura Doji über Rüstungshaki verfügt. Dann kommen wir auch schon zu Kawamatsu. Er ist ein Fischmensch und ein ehemaliger Sumo-Wrestler mit dem Titel eines Yokozuna. Als Kind des Kawamatsu war No Kuni gestrandet. Dort wurde er dann von Kozuki Oden gerettet, nachdem Einwohner ihn, so wie Inuarashi und Nekomamushi gefangen genommen haben. Hier sprach Oden dann eines seiner berühmtesten Zitate aus, nämlich, dass nur eine ignorante Person Angst vor Dingen hat, die anders sind. Kawamatsu ist, by the way, nicht in die Zukunft geschickt worden und hatte die Aufgabe, Hiyori zu beschützen. Sie ist jedoch davon gelaufen, daraufhin wollte Kawamatsu dann Seppuku begehen, hat sich dann aber umentschieden und er hat dann als Giyokimaru Waffen für den zukünftigen Krieg gesammelt. Vor 13 Jahren wurde er dann gefangen genommen, bis er im zweiten Akt des Wano Kuni Arks aus der Gefangenenmine in Udon befreit wurde. Kawamatsu hat seinen eigenen Schwertstil und zwar das Kappa Ryu und er beherrscht Rüstungshaki und laut Kinemon ist er genau wie Denjiro und Ashura Doji einer der stärksten Schwertscheiden und im Kampf mehr als 100 Männer wert. Abschließend kommen wir dann noch zu Iso, den ehemaligen Kommandanten der 16. Division der Whitebeard Piratenbande. Vor dem Beitritt in die Whitebeard Piratenbande war Iso ein Einwohner von Wano Kuni und der Erbe von der Hanayanagi Tanzschule seines Vaters in Ringo. Während des Flashbacks von Oden stellt sich dann eben auch heraus, dass auch Iso ein ehemaliger Retainer von Oden war und gleichzeitig ist Iso dann mit Oden und Inuarashi und Nekomamushi auf dem Schiff der Whitebeard Piratenbande mitgesegelt. Und nachdem Oden dann zu Roger gewechselt ist, ist Iso in der Whitebeard Piratenbande geblieben, aber Oden ist ja da nie zurückgekehrt und entsprechend ist Iso dann auf der Moby Dick geblieben. Es ist stark davon auszugehen, dass Iso Rüstungs- und Observationshaki beherrscht und gleichzeitig benutzt er zwei Revolver und im letzten Chapter haben wir ja schon gesehen, dass Iso sehr gut im Umgang mit diesen Revolvern ist, denn Iso hat King die Katana aus der Hand geschossen. Das sind die neun, die aktuell bekannt sind, Iso nimmt hier gerade diesen neunten Slot ein und ja, jetzt könnte man so ein bisschen über ein Ranking zwischen diesen Charactern sprechen, wer am stärksten ist, wer eher schwächer zu sein scheint und ich möchte euch einmal meine Meinung zu dieser ganzen Thematik präsentieren. Ich würde nämlich behaupten, dass Inuarashi und Nekomamushi in ihrer Sulong-Form die stärksten Retainer von Oden sind. Das ist aber natürlich nur an diese Sulong-Form gebunden, denn diese können sie ja nur einmal im Monat halt haben und wenn Inuarashi und Nekomamushi nicht die Sulong-Form haben, würde ich behaupten, dass Denjiro, Kawamatsu und Ashura Doji die drei stärksten Retainer sind. Und das wurde ja auch von Kinemon bereits in Kapitel 920 gesagt, dass die drei eben eine Streitmacht von 100 Männern auf dem Kampffeld oder Schlachtfeld sind. Und gleichzeitig würde ich auch behaupten, dass die Leute, die nicht in die Zukunft geschickt wurden, entsprechend eher die Schwächeren sind, dadurch, dass sie ja nicht weitere 20 Jahre hatten, in denen sie trainieren konnten, in denen sie hätten stärker werden können. Und daher wäre mein Ranking halt Inuarashi und Nekomamushi in ihrer Sulong-Form am stärksten, wenn's die nicht sind, wenn sie die Sulong-Form nicht haben, dann Denjiro, Kawamatsu und Ashura Doji. Danach dann dicht gefolgt von Inuarashi und Nekomamushi und danach dann entsprechend Kiku, Kinemon, Raiso. Dann würde noch Iso hier fehlen. Iso, ein ehemaliger Kommandant der 16. Division der White-Bit-Piraten-Bande. Das heißt, von diesem Charakter können wir auch davon ausgehen, dass er sehr, sehr stark zu sein scheint. Hier würde ich aber auch ihn eher mit Inuarashi und Nekomamushi auf ein, ja, auf ein Level packen. Vielleicht sogar ähnlich wie Denjiro, Kawamatsu und Ashura Doji. Das wird sich aber erst im weiteren Verlauf der Handlung zeigen, denn Iso haben wir auf Marineford auch noch nicht wirklich kämpfen sehen. Das heißt, da fehlen uns einfach noch Informationen, um diesen Charakter halt irgendwie einzuschätzen. Wir wissen zwar im letzten Chapter, also in 986, dass Iso in der Lage war, King, den Katana aus der Hand zu schießen. Aber ich würde behaupten, ein Lissop hätte Ähnliches geschafft. Und Lissop sehe ich halt entsprechend noch nicht unbedingt auf dem Level eines Kommandanten der White-Bit-Piraten-Bande. Daher müssen wir da eben noch abwarten, was Iso wirklich drauf hat und was diesen Charakter ausmacht. Wie aber gerade schon erwähnt, dieses Ranking ist lediglich meine Meinung. Ihr könnt in den Kommentaren gerne eure Rankings bezüglich der Stärke der Roten Schwertscheiden nennen. Was glaubt ihr, wer von diesen neuen Charakteren am stärksten ist? Abschließend möchte ich noch vielen Dank an unsere Patreons und YouTube-Mitglieder, Dominik Braunseis, Beat Rentsch, Marco Thekert, Nils Otte, Fuselwind, Nils Berelsmann, Thomas Fieta, Marius und Ole Hees aussprechen. Vielen lieben Dank für euren Support, Boys. Ihr habt jetzt nämlich auch die Möglichkeit, ein Mitglied des Romans Dusk YouTube-Kanals zu werden und für euren Support bekommt ihr exklusive Inhalte. Zum Beispiel gibt es ein monatliches Update-Video rund um den Romans Dusk YouTube-Kanal mit Infos zu neuen Videos und Formaten sowie zu den Einnahmen vom Kanal. Außerdem gibt es die Möglichkeit, einzelne Videos oder Podcasts bereits vorher zu schauen oder zu hören und es gibt die Möglichkeit, am Ende von Videos namentlich erwähnt zu werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Video. Take care. Ciao.